So, du beziehst also dein historisches Wissen vornehmlich aus Fernsehserien. Wer nicht? Hallo Solveig. Hallo Daniel. So, wir sind wieder zusammen. Ja. Es ist herrlich. Und wir starten eine neue Folge von Flurfunk Geschichte. Und diesmal hat Solveig Netflix geguckt. Ich habe Netflix geguckt. Und es ist jetzt schon wieder fast ein Monat her, aber es ist mir egal. Es beschäftigt dich immer noch. Es beschäftigt mich. Bridgerton ist in die zweite Staffel gegangen. Und vielleicht haben wir jetzt ZuschauerInnen, die sich denken, was zur Hölle ist das? Und deswegen dachte ich, erzähle ich mal kurz, was das für eine Serie ist, die wir da auf Netflix gesehen haben. Beziehungsweise ich. Haben sicherlich viele mitgekriegt. Haben viele gesehen, aber ich vorsichtshalber. Wird auch in den klassischen Medien rezipiert. Ich glaube, ich hatte einen Kommentar gelesen im Tagesspiegel. Und Bridgerton ist eben in der zweiten Staffel, also in zwei Staffeln bislang erschienen, eine Serie aus den USA. Die erste Staffel ist am 25. Dezember 2020 erschienen und die zweite Staffel ist jetzt am 25. März vollständig bei Netflix abrufbar gewesen. Bridgerton ist eine, ja, sie wird historische Serie genannt. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie weit sie diesen Titel verdient hat. Aber sie ist eben eine Serie, spielt in der sogenannten Regency-Zeit. Das bedeutet also die Zeit in England, in der eine Regentschaft vorhanden war, weil König George III. leider amtsunfähig geworden ist. Ach so, das ist doch früher. Okay. Nee. Und sein Sohn. Also das ist der Mad King. Genau. Ja, okay. Und sein Sohn hat dann die Regentschaft übernommen. Aber du musst vielleicht jetzt doch nochmal sagen, welche Zeit das ist. Also das sind die 1800er, 1810er vor allem. Also 1820. Das sind die jetzt irgendwie ein paar Generationen früher verortet. Also ja, also King George hat natürlich auch vorher schon geherrscht. Also George III. ist auch der mit der amerikanischen Revolution, also beziehungsweise gegen den eben die Gründerväter in den USA Revolution betreiben. Eventuell darüber ist er dann auch wahnsinnig geworden. Zumindest gibt es da Diskussionen drüber, inwiefern er wirklich wahnsinnig war. Ah ja. Und sein Sohn übernimmt dann eben die Herrschaft. Und 1820 tritt er dann als George IV. dann die legitime Herrschaft an, weil sein Vater gestorben ist. Und in dieser Zeit, das nennt sich eben die Regency-Zeit, und in dieser Zeit spielt unsere Serie. Und sie behandelt eine fiktive Adelsfamilie, eine Viscount-Familie namens Bridgerton. Es gibt acht Kinder und jedes Kind wird sich vermählen. Denn das ist der Ziel einer jeden Staffel. Jede Staffel hat einen Familienmitglied zum Zentrum und deren Liebesgeschichte und dann schließlich auch Heirat wird dort behandelt. Und es sind eben acht Kinder, die alle nach dem Alphabet benannt wurden. Also der erste Sohn heißt Anthony und dann geht es mit B, C, D, E, F, G, H weiter. Okay. Und vielleicht noch so allgemein, die Serie ist von Shonda Rhimes produziert worden, damit man so ein bisschen heißt, wie die, was für eine Qualität wir haben. Shonda Rhimes ist bekannt vor allem durch Grey's Anatomy. Oh. Das habe ich mit großer Begeisterung gesehen, zumindest die ersten Staffeln. Also sie hat Grey's Anatomy kreiert, hat da auch lange Jahre Drehbücher geschrieben. Mittlerweile ist sie, glaube ich, auch nur noch Produzierende. Und diese Serie ist von ihr eben auch produziert worden. Sie selbst hat da nicht geschrieben, aber es ist eben schon sehr nah, eben diese hohe Dramatik und so ein bisschen auch Seifenoperhafte, was wir aus Grey's Anatomy kennen, was jetzt gar nicht böse gemeint ist. Tatsächlich kreiert wurde die Serie von Chris Van Dusen, der mir auch nichts sagt, wenn ich ehrlich bin. Okay, lass ihn weg. Aber nur zur Vollständigkeit, da wollte ich seinen Namen einmal genannt haben. Und Bridgerton, deswegen wird es wahrscheinlich auch manchen ein Begriff sein, hält zur Zeit immer noch den Rekord der meistgesehensten TV-Serie. Oh. Denn tatsächlich ist… Jetzt ernsthaft im Vergleich zu Game of Thrones oder so? Ja, denn tatsächlich ist die erste Staffel 82 Millionen Mal auf Netflix abgerufen worden. Okay. Und das ist… Aber es kann doch nicht sein, dass das jetzt die erfolgreichste aller Zeiten… Englisch-sprachige Tick-Haus-Show. Nein. Aber die Drachen… Ja, aber man muss eben bedenken, HBO ist immer noch Pay-TV, also gut, Netflix auch, aber HBO ist da doch immer noch mal eine andere Hausnummer. Es ist tatsächlich… Und das läuft doch dann auch im klassischen Fernsehen. Ja, also beziehungsweise, ich glaube, da geht es auch um die Abrufe innerhalb der ersten Woche oder so. Und da ist der Zeit Rekordhalter. Okay. Die zweite Staffel, das kann ich ehrlich zugeben. Ich hatte es mir tatsächlich rausgesucht, wann die Serie, wann die zweite Staffel online geht. Ich musste an dem Tag arbeiten. Ich bin dann tatsächlich in großer Vorfreude von der Arbeit nach Hause, hatte mir sogar schon Süßigkeiten zurechtgelegt, weil ich wusste, es wird ein langer Abend. Also du machst Binge-Watching? Ich mache Binge-Watching. Das heißt aber auch, die Staffel wird auf einmal veröffentlicht. Ja. Man kann dann quasi die ganze Nacht einmal durchgehen. Genau. Und es sind acht Folgen und ich war bereit. Meine Meinung zu dieser zweiten Staffel, kommen wir vielleicht zum Schluss zu und vielleicht ein bisschen einen Spannungsbogen rauf. Ja, ich glaube, es ist jetzt schon deutlich geworden, dass das irgendwie scheinbar doch nicht so toll war. Es gab so ein paar Punkte, auf die ich nochmal drauf hinausgehen möchte. Aber wir müssen doch erklären, warum du die erste Staffel so toll fandst. Warum ich die erste Staffel so toll fand? Und vielleicht, das hat so ein bisschen damit zu tun, was ich erwartet hatte und was es wirklich gab. Denn das hat so auch ein bisschen dazu, wo ich jetzt als nächstes hingehen möchte. Denn Bridgerton ist in dem Sinne, und da kommen wir jetzt zu diesem Thema, ist es jetzt eine historische Serie oder nicht? Es wird unter … Das ist eine Kostüm-Serie. Genau, es ist eine Kostüm-Serie. Es wird als historical drama beworben. Bridgerton ist nicht von Netflix frei selbstständig erfunden, sondern es ist eine Adaption. Und zwar von der … eine Buchreihe von der Autorin Julia Quinn. Die hat eben acht Bücher verfasst und jedes Buch behandelt eben, wie gesagt, die Liebesgeschichte eines dieser acht Kinder aus dieser Familie. Und die Bücher sind zwischen 2000 und 2006 in den USA erschienen. Also die sind auch sehr schnell erschienen. Also ich hatte gesehen, der erste und zweite Band sind beide im Jahr 2000 rausgekommen. Also da lag ein ordentliches Tempo bei. Und was eben so besonders an Bridgerton ist, ist, dass es sich eben um historische Liebesromane handelt und nicht um historische Romane. Und historische Liebesromane sind eben so ein eigenes Genre. Und das merkt man dieser Serie auch an. Also ich hatte eben erwartet, jetzt hier so ein historisches Period, wie man es von der BBC auch kennt, zu sehen. Und ich habe, glaube ich, so zwei Folgen der ersten Staffel geguckt und dachte die ganze Zeit, wieso ist denn das wie so ein Liebesroman aufgebaut? Was ist denn das? Und dann habe ich es nachgeguckt und festgestellt, ja, es sind halt eben historische Liebesromane, die hier die Grundlage bieten. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt mich zu viel von mir preisgebe, aber historische Liebesromane haben doch sehr viel meiner Jugend geprägt. Großer Fan. Sofern Hexen drin vorkamen. Nein. Das hat mich halt natürlich angesprochen, weil es mich eben einfach so ein Punkt in meinem Herzen trifft, so was zu sehen, dargestellt zu sehen und tatsächlich auch, ja, komplett durchgezogen zu sehen. Also wirklich hier, wir sind ein historischer Liebesroman, wir sind kein historisches Drama in dem Sinn. Und vielleicht muss man da auch nochmal für die, die da nicht so versiert drin sind in diesem Genre wie ich, was zu... Also für die, die seriöse Literatur bevorzugen. Historische Liebesromane meint jetzt nicht, wie man vielleicht denken könnte, dass es sich um Liebesromane aus historischen Zeiten handelt. So hätt ich kurz mal davon. Genau, sondern es handelt sich eben um Liebesromane, die von modernen Autorinnen vor allem geschrieben werden, die aber in einem historischen Setting spielen. Und da gibt es verschiedene Genre von. Ich hatte es nochmal nachgeguckt, aber ich habe mich natürlich auch daran erinnert. Je nach Geschmack hat diese Genre verschiedene Dinge zu bieten. Also wenn man mehr so auf Wikinger steht, dann kann man sich auch Geschichten über Wikinger durchlesen, wobei man da natürlich so ein bisschen darauf hinweisen muss, dass der historische Anspruch meistens eher zurücksteht. Du sprachst doch schon davon, dass es Liebesroman ist. Aber ich kann mir jetzt gerade auch irgendwie nicht so richtig so ein Wikinger-Liebesroman vorstellen. Ja, da musst du mal recherchieren. Bei Wikinger denke ich gerade eher an die Serie, die da, diese moderne Serie, wo die Wikinger plötzlich in unserer Zeit auftauchen. Hast du noch nicht gesehen, die gab es in der ARD-Mediathek, im Öffentlich-Rechtlichen? Die haben wir vorbeigegangen. Ja, das zeige ich dir. Okay. Ich spreche mich nicht nochmal davon. Ja, Wikinger, da muss man, also auch alle Archäologen zucken dann auch zusammen. Das meint jetzt nicht wirkliche historisch fundierte Wikinger-Geschichten, sondern das, was sich vor allem so die Amerikaner unter Wikingern vorstellen, also Menschen in Fällen mit großen Äxten, die in Drachenbooten fahren. Und so stelle ich mir die auch vor. Ja, aber das ist ja doch ein bisschen, also Archäologen erzählen einem da andere Dinge. Und es bedient halt sehr stark Klischees und es bedient auch sehr klare, ja, Geschlechterbilder, also der große, muskelbepackte Mann, der da ich, Mann, du, Frau spielst und dann kommt es zum Akt. Man kann, wenn man Wikinger nicht so interessant findet, man kann auch Schotten haben, Schotten sind auch das große Thema. Oh ja, die Freiheitskämpfer. Die Freiheitskämpfer und Schotten in ihren Kilten, die sie vor dem 18. Jahrhundert nicht getragen haben, aber wie gesagt. Aber die großen Renner und das, was man eben am meisten bekommt, sind eben Romane, die in der Regency-Zeit spielen, die wir ja gerade schon besprochen haben, oder die im viktorianischen Zeitalter spielen. Und der erste historische Liebesroman, der so, als der anerkannt wird, wurde von Georgette Heyer geschrieben und heißt The Black Moth. Und wann ist der erschienen? Die schwarze was? Die schwarze Motte übersetzt. Jetzt meinst du, wann ist das Publizierung? Also, als historischer Roman? Als historischer Roman. Keine Ahnung, 1753. Ja, geht, also jetzt habe ich nicht dazu gesagt, es spielt in der Regency-Zeit. Ach so. Geht das natürlich nicht, aber das war jetzt mein Fehler. Also, jetzt sprechen wir bei moderner Autorin. Ja, nee, ist schon 1921. Ach. Ja, also es ist doch früher, als man meint, also die Georgette Heyer war so die Mutter dieses Genres, hat dann vor allem so in den 1930ern Berühmtheit erlangt. Und das ist eben der Unterschied zwischen den Liebesromanen, die tatsächlich in der Regency-Zeit entstanden sind, zu diesen historischen Liebesromanen, dass diese Georgette Heyer eben Dinge erklärt hat, die jetzt eine Jane Austen beispielsweise nicht erklären musste, weil alle ihre Leserinnen wussten, was gemeint ist und diese Georgette Heyer musste jetzt eben gewisse historische Ereignisse auch nochmal erklären und was jetzt, was überhaupt bedeutet. Und sie hatte auch sehr viel Recherche betrieben, also sie soll dann auch tatsächlich Textilie aus der Zeit gesammelt haben, um möglichst authentisch zu erzählen. Das war auch noch relativ zahm, also da war eigentlich wirklich nur diese Liebesgeschichte, die jetzt zwischen dem, der Protagonistin und dem Protagonisten sich entwickelt. In den 1970ern werden diese Bücher sexy, wo habe ich es mir notiert, denn was ja diese historischen Liebesromane ausmacht und wofür sie ja auch so verschrien sind, ist, dass sie relativ, es kommt da auch auf Autorinnen an, ja explizit sind und auch teilweise sehr in die Erotik reingehen und eben auch Sexszenen große Rolle spielen in diesem Genre. Es ist also nicht nur, es ist nicht wie Jane Austen, wo es mal vielleicht einen Kuss gibt und bei der Hochzeit hört es auf, sondern es ist tatsächlich sehr explizit. Und das überrascht jetzt nicht, dass das in den 1970ern passiert, im Zuge auch der sexuellen Revolution, dass man da jetzt das heimbringt. Also die, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Georgette Heyer. Also die erste meine ich, ja. Die hatte solche Szenen auch schon? Nee. Weil ich dachte, vielleicht hat es so um die Zeit dann noch so einen aufklärerischen Charakter. Nee, also ich muss jetzt gestehen, ich habe ihre Bücher jetzt nicht nochmal jetzt gelesen, aber soweit ich das gesehen habe, geht das erst in den 70ern los. Also Georgette Heyer ist noch sehr nah an Jane Austen, auch noch sehr zahm und zurückhaltend und wirklich ab den 1970ern geht das los. Und diese historischen Liebesromane haben auch so einen gewissen Stil, nicht nur literarisch, sondern auch in der Covergestaltung, wodurch sie gerade im deutschen Raum den Namen Nackenbeißer erhalten haben. Und wahrscheinlich weißt du auch warum. Wahrscheinlich, weil zwei Personen eine bestimmte Ausrichtung haben. Genau, also die üblichen Cover waren so gestaltet, dass wir eben ein Pärchen haben, ein Mann und eine Frau, die Frau schon so im halb aufgelösten Bekleidungszustand, weil sie ja historische Kleidung kriegt, ist dann ja das Korsett dann immer schon so ein bisschen geöffnet und ihr Haar ist gelöst und der Mann steht auch schon so mit offenem Hemd hinter ihr und beugt sich so über sie und sein Kopf ist immer so meistens in der Nähe ihres Halses. Das klingt jetzt doch schon sehr so nach solchen Heftchen. Ja, genau, aber so sind die entstanden. Also man muss sich das schon so vorstellen, so diese Groschenromane. Ja, es sind also zum einen diese Groschenromane, aber es gab sie auch als Bücher. Also das sind nicht diese Heftchen, die es immer noch gibt, sondern es gab sie eben auch als Bücher. Und dieser Nackenbeißer kommt eben, um das nochmal zur Entwende zu bringen, weil es so aussieht, als ob er sie gleich in den Hals beißen möchte, weil sie so von der Leidenschaft überwältigt sind. Und das muss man glaube ich so ein bisschen erklären, weil das, wie gesagt, in meinem nostalgischen Herz, es gibt sie nicht mehr. Also es gibt natürlich immer noch, diese Romane, dieses Genre gibt es immer noch. Das ist gerade durch Amazon stark, aber viel stärker in den E-Book-Bereich gerutscht. Und die Cover, die heutzutage gestaltet werden, haben das nicht mehr. Zumindest werden die nicht mehr im Buchhandel verkauft. Das ist so ein bisschen, ich vermisse es auch ein bisschen. Ich bin da ein bisschen entsetzt. Wieso? Ich könnte dich nicht mit Groschenromane immer vor meinem geistigen Auge. Es sind keine Groschenromane. Also mit solchen Covern schon? Ja, finde ich nicht. Das ist doch so Bergdokter-Geschichte. Nein, nein, nein. Also das, genau, da wollte ich auch noch so kommen. Es gibt verschiedene Qualitätsstufen tatsächlich. Also es gibt eben diese, ja, der Bergdokter und so weiter. Das sind aber eben keine historischen Liebesromane, sondern es sind halt diese Liebesromane. Und die Qualität kann da auch massiv variieren. Also es gibt die, wo man so denkt, um Himmels Willen, heieiei. Und es gibt die, wo man merkt, die haben sich Mühe gegeben. Und es gibt welche, die tatsächlich große historische Recherchen betrieben haben. Ich weiß nicht, ob dir die Outlander-Reihe was sagt. Vom Namen schon, ja. Im Deutschen, der erste Band heißt Feuer und Stein. Und ist dann eben auch eben ausgebaut. Ist mittlerweile auch verfilmt. Gibt es auch die Serie, auch auf Netflix. Ist die eben Deutschland zugänglich. Da, die ist von Diana Gabaldon verfasst worden. Die hat massiv recherchiert. Also da merkt man, dass sie da wirklich viel Arbeit reingesteckt hat. Weshalb das dann auch immer als historischer Roman gezählt wird. Wenn man es sich aber anguckt, von den Archetypen her, von der Story-Entwicklung ist das auch nur in Anführungszeichen. Ich finde da überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ein, ja, ein historischer Liebesroman. Und was eben auch interessant ist, ich hatte es gesagt, also ab den 70ern werden sie sexy. Und ab den 2000ern kommen so Fantasy-Elemente rein. Also um die 2000 habe ich es jetzt festgelegt. Das kann vielleicht auch schon ein bisschen früher, ein bisschen später passiert sein. Aber es kommen dann beispielsweise so Zeitreisethemen rein. Das ist eben bei Diana Gabaldon so. Da reist die Protagonistin durch die Zeit und landet dann im Schottland des späten 18. Jahrhunderts. Mitten in diesen Versuch der schottischen Revolution rein. Und es gibt aber auch welche, wo dann die Wikinger in die Gegenwart reisen und da dann irgendwelche Frauen klar machen. Und was dann auch um die Zeit kommt, dass dann so Fantasy-Wesen mit reinkommen. Also es kommen dann irgendwie Feen als Love Interest dazu. Also Karen Mooning hat da viel Geld mitverdient. Und dann auch im Zuge auch von Twilight, was Stephanie Meyer dann veröffentlicht hat, gibt es dann auch sehr viele Vampire und Werwölfe. Da muss ich schon bei dem Nackenbeißer dran denken. Aber also es ist, wie gesagt, ein sehr großes Genre, ein vielfältiges Genre, was ich immer noch sehr spannend finde. Vor allem, weil es eben von Frauen geschaffen wurde und von Frauen dominiert wird. Und aus dem Grund bin ich sowieso schon. Von Frauen gelesen wird. Und von Frauen gelesen wird. Und ich finde das eben, wie gesagt, es wird häufig abgetan als minderwertige Literatur, als Frauenliteratur, in Anführungszeichen. Deswegen finde ich, kann man da auch mal zustehen und sagen, dass man sowas konsumiert. Auf jeden Fall, das in diesem Zusammenhang steht eben Bridgerton. Und das ist, glaube ich, auch, warum es so erfolgreich gewesen ist oder warum es so durchgebrochen ist mit der ersten Staffel. Weil das eben hier ein Genre Raum gegeben wird, das meistens eben hinter vorgehaltener Hand gehalten wird. Ich kenne viele Frauen, die diese Genre konsumieren. Und ich kenne viele Frauen, die das eben dann öffentlich nicht zugeben. Von daher, alle tun es, aber keiner gibt es zu, wie bei Bildlesen. Ich glaube, das war so ein Punkt, wo man so merkt, ja, es ist cool und ich kann irgendwie dazu stehen. Und da wurde vielleicht auch so ein Bedürfnis bei den Zuschauern gestillt, dass es irgendwo anders nicht gab. Also so erkläre ich mir zumindest diesen Erfolg, warum Bridgerton so durchgestiegen ist. Vielleicht kommen wir zu den Grundzügen, denn ich hatte ja schon gesagt, jetzt muss ich erstmal meine Notizen blittern, ich habe das nicht ein bisschen durcheinander aufgeschrieben, dass diese Georgette Heyer ja stark auf Jane Austen zurückgegriffen hat. Und das ist ja auch so ein bisschen, Bridgerton eben spielt in der Regency-Zeit. Warum spielt der Großteil dieser historischen Liebesgeschichten in der Regency-Zeit, Daniel? Warum beziehen sie sich alle in ihren Liebesgeschichten auf diese Zeit? Wer hat da geschrieben? Wer hat da geschrieben? In welcher Kategorie? Die Namen haben wir schon gesagt. Ah, die Jane? Genau. Ach so, die. Ich wollte nur gucken, ob du aufgepasst hast. Ach so. Genau, die Jane Austen hat in dieser Zeit geschrieben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt was unterstelle, aber wenn man so an Regency-Zeit denkt, ist es meistens auch tatsächlich Jane Austen, woran man denkt. Ehrlich gesagt, ich denke nicht so oft an Regency-Zeit. Ah, gut. Wenn, dann denke ich an Biedermein. Aber eben an diese Kleidung, also vor allem, das ist jetzt vielleicht auch eher mehr im englischsprachigen Raum, weil wir da auch die ganzen BBC-Verfilmungen von Jane Austen-Romanen haben. Also das, was man aus dieser Zeit sieht im Fernsehen, sind eben meistens ausschließlich Jane Austen-Romane oder eben historische Dramen, die sich auf Jane Austen beziehen. Und deswegen war ich eben auch so überrascht, als Bridgerton dann lief und es alles aussah wie Jane Austen, aber sie sich eben nicht so benommen haben. Und ich dann erst, ach so, das ist ein anderes Genre hier. Und Jane Austen natürlich die, ja fast schon Begründerin des Gesellschafts-Romanes, zumindest in England. Sie schreibt, ich glaube, der erste Roman ist 1813 erschienen und danach hat sie eben kontinuierlich weiter verfasst. Das erste war Sinn und Sinnlichkeit. Das klingt auch schon nach so einem Groschen-Roman. Ja, eigentlich schon. Es ist im Englischen, es ist eben Sense and Sensibility, wo es so um diesen Konflikt gerade auch im englischen Bürgertum geht. Ja, wie sehr soll ich auf meinen Verstand hören und wie sehr soll ich auf meine Gefühle hören und wie kann man das miteinander in Einklang bringen? Also Geschichte geht auch um zwei Schwestern, Eleanor und Marion. Und die eine ist zu vernünftig und die andere ist zu emotional und empfindsam, wie man es in der Zeit nennt. Und sie beide müssen dann eben erwachsen werden und die Mitte finden. Das sind eben auch bei Jane Austen so typisch diese Geschichten. Also die Protagonistin muss erwachsen werden und findet dann auch ihren Ehemann und dann auch, ja nicht das ist Ehlenheil, das ist jetzt ein bisschen zu groß gesteckt, aber eben das Heil, die gesellschaftliche Sicherheit. Und also Jane Austen-Romane sind eben ganz klar Liebesromane, viel mit dem größeren Blick drauf auf überhaupt die Gesellschaft dieser Zeit. Also wie sind die Normen der Zeit, wie begegnet man sich gegenseitig? Und Jane Austen ist natürlich auch dadurch bekannt geworden, dass sie selbst sehr, sehr spöttisch über diese Zeit schreibt. Also auch mal so Konventionen kritisiert und sehr spitz, also überhaupt Personen und Verhaltensweisen kommentiert. Sie ist damit tatsächlich eine der Ersten, die das tut. In Deutschland dauert es tatsächlich ein bisschen, bis dieser Gesellschaftsroman sich durchsetzt. In Frankreich ist das schon ein bisschen früher. Und für Deutschland im Vergleich haben wir da Theodor Fontane. Das ist so der große Mann des Gesellschaftsromans in Deutschland. Ich muss gestehen, ich musste Theodor Fontane lesen. Ich habe gerne Jane Austen gelesen. Ich glaube, das reicht an Konventionen. Und ja, und Jane Austen auch ganz interessant. Sie selbst kommt auch aus dieser gehobenen Bürgerschicht, die im Englischen Gentry heißt. Das ist also, die sind irgendwo zwischen Adel und Bürgertum. Es geht eben viel um diese Gesellschaft, die sich natürlich auch jetzt um 1800 überhaupt erst zu etablieren beginnt. Natürlich ist es aus dem Grund, ist es für die natürlich auch interessant, sich selbst auch in Büchern zu finden. Sie hat auch das Schicksal erlebt, vor dem sie ihre Heldinnen eigentlich immer bewahrt. Nämlich, sie hat keinen Ehemann gefunden. Oh nein. Wadernd hat tatsächlich das Schicksal erleben müssen, was viele Frauen, also die Frauen in der Zeit durchleben mussten, die keinen Mann bekommen haben. Denn sie war von dem guten Willen ihres Bruders abhängig. Also ihr Bruder, also sie ist als zweite Tochter von, ich glaube, fünf Kindern geboren worden. Ihr Vater war Pfarrer oder Pfarrprediger, hat auch sie schon sehr früh gefördert. Also es wird dann auch beschrieben, sie hat von klein auf die Bildung bekommen. Ihr Vater hat darauf Wert gelegt, auch die Töchter zu bilden. Sie durfte immer in seine Bibliothek rein, wenn sie wollte. Und er hat sie auch von früh auf mit 13 Jahren schon gefördert, schriftstellerisch tätig zu sein. Also, und dann ihr auch Papier und Tinte besorgt. Sie soll einen Heiratsantrag bekommen haben, den sie abgelehnt hat, weil sie diesen Mann eben nicht liebte. Und danach kam leider kein anderer Mann mehr. Und vielleicht lag das auch daran, weil sie eben auch schon Zeit ihres Lebens bekannt war als Autorin, was jetzt gesellschaftlich nicht so angesehen war. Also, all ihre Bücher sind, während sie lebte, unter dem Pseudonym By a Lady veröffentlicht worden. Also, kein Roman hieß von Jane Austen, sondern immer nur von einer Dame. Aber eigentlich, es war ein offenes Geheimnis innerhalb der Gesellschaft, dass sie diese Bücher geschrieben hat. Und sie war sehr erfolgreich. Der Prinzregent soll all ihre Bücher gehabt haben. In jedem seiner Schlösser sollen alle ihre Bücher gelegen haben. Er soll auch darauf bestanden haben, dass sie Emma, eines ihrer großen Werke, ihm widmet. Also, sie hatte da schon Unterstützung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in der Gesellschaft trotzdem so ein bisschen verpönt war. Auch wenn sie Erfolg hatte, wollte man vielleicht nicht unbedingt mit ihr dann die Ehe schließen. Da hätte der Prinzregent mal irgendwie was arrangieren können. Tja. Das hat die Verehrung doch nicht groß gemacht. Ja, das wollte ich, glaube ich, auch. So weit ging es ihm dann doch nicht. Sie ist dann tatsächlich mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester, ähnlich wie tatsächlich die Heldin ihres ersten Romanes, In Sense and Sensibility, mussten sie dann in ein kleines Häuslein ziehen. So klein ist das nicht, aber für die Verhältnisse scheinbar doch klein. Auf dem Grundstück des Anwesens, das der Bruder eben geerbt hatte, nachdem der Vater gestorben war. Und der Bruder hat sie dann auch eben unterhalten, auch wenn Jane Austen dann natürlich durch ihre Bücher auch noch selbst Geld mitverdient hat. Aber trotz allem hat sie das eben erlebt. Man muss eben darauf hoffen, dass der Bruder einen mag und die Checks dann monatlich erscheinen, damit man seine Miete zahlen kann. Und sie ist dann mit ungefähr 40, ist sie auch schon gestorben, höchstwahrscheinlich an einer Niereninsuffizienz, vermutet man heute. Also nicht im Elend, dass man es eh überlassen hat, aber das ist eben auch sehr tragisch. Also es gibt auch viele, wie heißt es, Konzepte, Manuskripte, das ist das Wort, die unvollendet sind von ihr, weil sie einfach so früh verstorben ist. Und diese Werke eben sind, werden bis heute eben als große, ja, Leistenglische, der englischen Literatur gewertet. Und sehr gerne gelesen. Auch im Schulunterricht werden die gelesen. Also vor allem natürlich in England und in den USA. Aber bei uns waren die, glaube ich, auch mal auf dem Lehrplan, wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf jeden Fall, sie gilt eben schon zur hohen Literatur. Und dass diese Texte dann natürlich ein weibliches Publikum auch inspiriert, dann darauf Bezug nehmend, selbst literarisch tätig zu werden, ist dann jetzt auch nicht so überraschend. Genau, also das eben die literarische Einfluss dieses Genres eben mit Jane Austen, die aber eben tatsächlich keine historischen Romane natürlich in dem Zusammenhang geschrieben hat, sondern sie hat über ihre Zeit geschrieben, was dann historisch wurde von denen, die das dann 100 Jahre später, 200 Jahre später rezipiert haben. Es ist eben auch bei Julia Quinn, die eben diese Bridgerton-Bücher geschrieben hat, eben auch ganz klar, dass sie hier dem Jane Austen ja Topos folgt. Also wir haben die Tochter, die jetzt in die Gesellschaft eingeführt wird und eben auf der Suche nach einem Ehemann ist. Und diese Familie ist dann noch besonders groß, damit man natürlich auch möglichst viele Romane schreiben kann und die Geschichten dann erzählen kann. Wie gesagt, die erste Staffel von Bridgerton basierte eben auf dem ersten Buch. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie hieß der? Die haben alle so Namen, die sich auch so nach TV-Serien handeln, irgendwie wie How to become or How to marry a Duke oder irgendwie so. Also im Deutschen ist es, glaube ich, Wie angel ich mir einen Herzog? ist es übersetzt worden. Und das sollte so ein bisschen irgendwie sagen, so How to become a millionaire. Also wer wird Millionär, ist das im Englischen ein grafisches Bezug. Und die zweite Staffel basierte jetzt auf dem zweiten Roman mit dem ältesten Sohn als zentraler Charakter. Und ich hatte mich, wie gesagt, ich hatte mich sehr darauf gefreut, weil ich auch den Schauspieler sehr mag, der hier diesen Sohn spielt. Jonathan Bailey ist ein, ja, nicht ganz so bekannter Schauspieler, aus England. Ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Hatte dann tatsächlich auch den Roman geholt, um schon mal mich vorzubereiten, was denn kommt. Also ich war bereit. Und jetzt vielleicht nach diesem Reden, wie sich das Genre entwickelt hat zu Bridgerton, was man eben auch nochmal dazu sagen muss, eben wie gesagt, mir ist schon, also ich habe diese lange Vorrede nochmal gegeben, weil ich nicht den Eindruck machen will, die alte Historikerin hockt jetzt hier und beschwert sich, dass diese Serie nicht historisch korrekt ist. Das ist vorher klar. Das ist mir schon bewusst und das habe ich auch nicht erwartet, weil eben klar war, es ist ein Liebesroman, die Charaktere handeln, wie es bei Liebesromanen üblich ist, wie moderne Menschen aus unserer Gegenwart und nicht, wie die Menschen tatsächlich in der Zeit gehandelt hätten. Das ist mir schon deutlich geworden und auch die Serie selbst macht es auch sehr deutlich in der Setgestaltung, in der Kostümgestaltung, dass sie hier sehr stilistisch arbeiten und nicht historisch korrekt. Also das war auch, da gibt es auch bei YouTube sehr viele, auch Kostümhistorikerinnen, die das so untersucht haben, wie akkurat sind denn die Kostüme von Bridgerton und der Konsens war ja gar nicht. Sie sehen aber schön aus. Sie sehen sehr schön aus, genau, und darum geht es, das meine ich eben, es ist eben stilisiert. Man nimmt es ab. Die Kleider haben Reißverschlüsse, was, ja, in der zweiten Staffel sieht man es tatsächlich sogar häufiger. Okay, dann nimmt es in Kanada. Sie haben Glitzersteine drauf, aus Plastik, sie haben Plastikblumen vernäht, überhaupt Polyesterstoffe, so, es ist alles in Ordnung, die Ästhetik, die Form entspricht ja der Zeit, das ist, das störte mich jetzt tatsächlich weniger, dass die Kostüme nicht so historisch sind, aber du meintest ja vorher schon, du hast auch die erste Staffel gesehen. Ja, ist schon eine Weile her. Ist schon eine Weile her, genau, das ist überhaupt nicht, aber vielleicht erinnerst du dich an die erste Szene der ersten Folge. Es ist bei mir hängen geblieben, die erste Szene der ersten Folge ist nämlich, dass eine junge Dame in ein Korsett geschnürt wird. Da geht es dann nämlich schon los. Kann man natürlich ausführlich nochmal drüber reden, wie schlimm das Korsett jetzt wirklich war und was für Vorstellungen wir heute haben, auch durch TV-Serien unter anderem. Aber es ist eben ganz interessant zu sehen, sie werden eben ins Korsett geschnürt, um den Zuschauern auch schon mal klar zu machen, es ist hier ein historischer Film. Es wurden Korsette in der Regency-Zeit getragen, die waren aber die bequemsten, die es gibt, denn wenn wir drüber nachdenken, dass die ja Empir-Kleider tragen, das bedeutet, die Taille ist nicht auf der Taille, sondern unter die Brust gerutscht und es wird weder Hüfte noch Taille betont, sondern diese Kleider gehen ja so fließend, muss man da nicht viel formen mit einem Korsett. Das Einzige, wofür das Korsett da ist, ist, um die Brust zu stützen und bei Bedarf unter das Kinn zu pushen. Also da, wenn man sich auch, das ist aber auch zeitgenössisch, wenn man sich so Mode-Darstellung, Mode-Zeichnung aus der Regency-Zeit anguckt, die Brust ist wirklich unterm Kinn. Also das ist eben ästhetisch in der Zeit. Und also das bedeutet, hier haben wir es eben auch schon ganz klar. Das klingt dann aber doch nach ziemlichem Schneuren. Und verpolstern. Ja, es ist unterpolstern, aber es wird eben nicht so eng geschnürt, wie wir das jetzt aus der viktorianischen Zeit kennen. Und das Korsett ist eben auch ganz anders strukturiert und aufgebaut, weil es eben andere Bedürfnisse abdecken soll. Und wenn man dann eben auch so Re-Enactor fragt, die dann tatsächlich auch solche Korsette nachnähen und auch tragen, die sagen einem eben alle, das sind die bequemsten Korsette, die es gibt. Also von daher hier dann schon wieder in dieses Korsett-Klischee zu gehen, weiß man schon, wo die Serie hin möchte. Und das ist eben auch so ein bisschen, was mich dann massiv gestört hat. Also wie gesagt, es ist nicht, dass ich mich darüber aufrege, dass die sich wie moderne Menschen benehmen. Das erwarte ich. Das ist mir klar bei einer Liebesromanverfilmung. Es stört mich nicht, dass die Kostüme schick sind, aber schnell genäht wurden, weil es ist eine TV-Serie, die auch nicht so viel Budget hatte, die viel produzieren musste. ist okay. Aber dieser dieser plakative ja, ich kann es nur eben plakativen ja, Vorschlaghammer-Feminismus, den diese Serie porträtiert. Wegen des Korsetts. Ja, wir kommen noch zu anderen Punkten. Fand ich wirklich befremdlich. Und das sage ich. die gerade eben historische Liebe zum Mann als so das Große, als hochgehalten hat, als Darstellung auch von weiblicher Liebe und von weiblicher Sexualität, habe ich kein Problem mit. Ich unterstütze alle feministischen Ideen. Aber hier war es mir einfach zu plump. Hier dachte ich die ganze Zeit einfach nur, das ist nicht euer Scheißernst. Es geht eben mit dem Korsett los, wo man denkt, ja, ich weiß. Das war jetzt aber entschuldige noch in der ersten Staffel, die du eigentlich gut fandest. Ja, 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 ich arbeite mich durch. Es ist hier eine Therapiesitzung. Ja, ich verstehe schon. Das muss raus. Und das war wirklich, Moment, es geht mit dem Korsett los. Das Korsett ist tatsächlich so um 1900 zum Symbol der weiblichen Unterdrückung herangewachsen, mutwillig herangezogen worden. Wie weit das stimmt, du weißt ausführlich, Ich weiß, dass du dich schon mal ausführlicher mit beschäftigt hast. das erspare ich euch jetzt, die hier zuhören, weil das geht dann doch, ist dann doch vielleicht ein Zuflief. Das wäre dann mehr Teiler. Wäre dann mehr. Deswegen, aber es ist eben zum Symbol geworden, auch seitens männlicher Protagonisten, nennen wir es so. Also es ist aktiv um 1900 zum Symbol weiblicher Unterdrückung stilisiert worden. Und diese Idee ist eben unhinterfragt fortgesetzt worden von Hollywood. Das haben wir auch schon im Vom Winde verweht. Also diese Darstellung der Frau, die da irgendwie gegen ihren Willen eingeschnürt wird und dann leidet, finden wir in vielen Filmen durch die Zeiten. Durch, wie gesagt, Vom Winde verweht war es in 30er Jahre, ist der, glaube ich. Ich glaube, der ist in den 30er Jahren erschienen. Aber in Titanic haben wir es auch. Da wird es auch so dieses Symbol, dass eben das Rose, die Protagonistin, sich jetzt hier gesellschaftlichen Zwängen beugen muss, weil sie diesen Mann heiraten muss, den sie nicht will, weil die Familie ja kein Geld hat. Und diese Szene passiert eben, oder dieser Dialog findet zwischen ihr und ihrer Mutter statt, während ihre Mutter sie in das Korsett schnürt. Also es ist eine sehr schöne Szene. Hier passiert eben Bild und Text passend wunderbar zusammen. Auch wieder das Korsett ein Symbol der Unterdrückung. Und das wird eben fortgesetzt und das finden wir eben auch hier. Und gerade so in den letzten Jahren ist es bei Netflix immer rausgeholt. Und die Frauen werden da reingezwängt. Aber das merkt man hier schon, okay, die Macher der Serie haben hier ein ganz klares Bild. Und es geht dann weiter mit einer Figur, die auch in den Romanen vorkommt. Ich habe es gesagt, ich habe nur den zweiten Roman gelesen. Da taucht sie nicht so viel auf. Aber in der Serie ist sie sehr aktiv da. Nämlich die Eloise, das ist die zweite Tochter, die so, ja, als feministisches Aushängeschild fungiert. Schon in der ersten Staffel. Deswegen vielleicht erinnerst du dich so an Szenen dran. Ja. Die hat so braune Haare. Von durch vor Augen, ja. Und die beschwert sich auch, dass sie nicht an die Universität darf und dass sie nicht die gleichen Möglichkeiten hat wie ihre Brüder. Ist das die, die dann als Autorin, die Autorin der Berüchtigten nimmt? Das ist die, ihre beste Freundin ist das. Sie ist die andere. Und in der zweiten und in der ersten Staffel war es nach okay. Da dachte ich mir so von mir aus. Und in der zweiten Staffel wird es wirklich hart. Weil, und das ist so, und da finde ich, macht die Serie irgendwie so ein bisschen klar, dass sie keine Ahnung haben, wo sie hinwollen. Weil auf der einen Seite, du hast die erste Staffel gesehen, du weißt, wie sie sich darstellen. Bunte, knallbunte Bonbonfarben in den Kleidern, in der Kulisse. Überall stehen Bonbons auf dem Tisch. Überall stehen Kuchen auf dem Tisch, die nie gegessen werden. Ich raste jedes Mal aus. Ich denke, es ist die Kuchen. Das stört mich in allen amerikanischen Medien. Die trinken immer einen Schluck Kaffee, der Rest bleibt übrig. Die essen ein Stück vom Kuchen, der Rest bleibt stehen. Ja, da müssen sie mal ganz schnell aufspringen und gehen. Ja, muss jetzt gehen. Und niemand isst diesen Kuchen und das ist meiner Meinung nach von der Ästhetik auch von dem Marie-Antoinette-Film beeinflusst, von Sofia Coppola mit Kristen Dunst in der Hauptrolle. Da haben die ja auch schon diese Pastelltöne groß gemacht, diese Macaron, nee, Macaron heißen sie, nicht Macaron, die Macarons. Und das sehen wir hier auch. Also es ist ganz klar, wie gesagt, stilisiert, das ist mir bewusst. Mit bunten Farben, also man möchte schon wirklich diesen Kaugummi, Zuckerwatte, knallbunte Bonbons Stil schaffen. Man möchte Eskapismus schaffen. So hier haben wir die Regency Zeit und die Männer benehmen. Da ist auch glaube ich eine Familie, die ist ein bisschen anständiger gekleidet, ein bisschen zurückhaltender kam es mir so vor. Und das waren die ein bisschen die Vornehmerin. Und die andere Familie, die war immer so Bonbonfarben auch angezogen. Ein bisschen dann so ein bisschen gesellschaftlich unter den anderen, so knapp drunter. Ja, das stimmt. Die haben immer gelb an, weil das irgendwie so die Lieblingsfarbe der Mutter ist und sie zwingt so ihren Töchtern ihren Willen auf. Das ist auch schon sehr schön stilistisch dann zum Ausdruck gebracht. Die sind aber vom Stil eigentlich alle gleich. Also von der Qualität der Kostüme, da gibt es natürlich dann auch mal so Charakterisierung. Die haben immer die gleiche Qualität an und die sind auch von den Farben her, na gut, diese Familie ist ein bisschen greller. Das stimmt. Das sind die Featheringtons. Aber an sich ist das Level schon konsequent gehalten. Und noch einmal, ich mache das der Serie nicht zum Vorwurf, dass sie so sind, dass sie Bonbon sind, dass sie bunt sind, dass sie Plastik sind, dass sie überdreht sind. Alles toll. Aber auf der gleichen Zeit, wie gesagt, sind sie, reduzieren sie auch diese Regency-Zeit auf Jane Austen. Also deswegen habe ich eben auch so klar gemacht, worüber Jane Austen schreibt, weil das ist eben, was wir in Bridgerton sehen. Wir sehen diese Gesellschaft, die sich zu Salons trifft, die sich zu Soirees trifft, wo es nur darum geht, die Kinder möglichst gut zu verheiraten. Und das ist das Einzige, was wir in Bridgerton sehen. Alles nichts, es existiert nichts anderes. Also wir sehen manchmal die bürgerlichen Klasse beziehungsweise die Arbeiterklasse, die da in London auch lebt. Mit ein paar Nebencharakteren werden die so eingebunden. Aber das ist keine realistische Darstellung, das ist auch schon eine sehr geschönte Darstellung. Also man ist eben sehr stark reduziert. Was ich vergessen habe zu erzählen, was aber sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Bridgerton ein Colorblind-Casting hat. Also das bedeutet, dass alle Hautfarben gecastet wurden. Normalerweise, wenn wir Jane Austen-Verfilmungen sehen von der BBC werden eigentlich, werden nur weiße Menschen gecastet, weil man eben sagt, in der Gesellschaftsschicht haben nur weiße Menschen existiert. Und Bridgerton hat damit gebrochen und gesagt, nein, wir casten alle Leute und alle können eben die Rollen haben und haben dann eben auch in der ersten Staffel der Protagonist, also der Love Interest, ist eben auch, ist ein schwarzer Mann. Der Duke. Der Duke. Das finde ich auch, finde ich großartig. Ich fand das super. Also im ersten Moment ist es irritierend, aber es ist ziemlich schnell, dass das einem wurscht ist. Ja, also ich fand es auch so schön, weil es eben nicht nur ist, ja, wir ziehen jetzt diesen Leuten die Kleidung an, sondern dass eben auch so verschiedene Elemente, auch aus afrikanischer Kunst und auch asiatischer Kunst, in diese Kostüme mit eingearbeitet wurden. Und dann sehr schön, fand ich auch in der ersten Staffel, im Hintergrund sieht man auch so einen Mann mit Dreadlocks, der die Firisur dann aber genauso gestylt hat, wie man es eben in dieser Regency Zeit getragen hat. Und das fand ich richtig cool gemacht, dass dann eben auch, ja, Afrohaare so frisiert wurden, wie man, wie es diese Person, die es ja in der Zeit auch gab, es gibt Fotos von diesen Menschen, getragen haben. Und das zu sehen, fand ich einfach großartig. Es war dann so ein bisschen schwierig, ist dir diese Szene aufgefallen, die ist bei mir wahnsinnig hängen geblieben, auch in der ersten Staffel, wo sie das nämlich so ein bisschen meiner Meinung nach kaputt machen, dieses Colorblind. Ich dachte erst, sie haben einfach Colorblind gecastet. Es wird aber tatsächlich in Universe erklärt, warum es eben schwarze Menschen in alles... Ah, dass hier so historisch irgendwas anders gelaufen ist. Ja, genau, weil es ist nämlich auch die Königin, die Ehefrau von George dem Dritten, wird eben von einer schwarzen Schauspielerin gespielt und eben nicht nur von einer schwarzen Schauspielerin gespielt, sondern sie ist dann auch tatsächlich in der Serie selbst schwarz. Und es wird eben erklärt, dass George der Dritte sich eben so sehr in diese Charlotte verliebt hat, dass er alle Menschen aus der Sklaverei befreit hat und sie auf ein Level mit den Weißen gestellt hat. Das hätte es nicht gebraucht. Das ist eine schöne Idee, aber ich fand, das hat halt das komplette Worldbuilding zerstört, weil Rassismus so leider nicht gelöst werden kann. Vor allem, wenn man dann weiterdenkt, wir haben eben diesen Herrn als Duke, der eben ein schwarzer Mann ist und man sich so denkt, ja, aber Herzogtitel sind ja schon vorher, hat es vorher gegeben. Und es wird so dargestellt, dass sie eben in diese Titel gebracht werden. Das bedeutet aber, dass ja vorher die weißen Personen, die diese Titel inne hatten, sie entweder freiwillig abgegeben haben oder sie gewaltsam daraus entfernt wurden. Und niemand hat daraufhin protestiert. Und niemand hat daraufhin irgendwie George den Dritten gesagt, du bist nicht mehr König, auf Wiedersehen. Und das denke ich so, es ist eine schöne Idee, aber es zerstört halt schon irgendwie für mich zumindest die Immersion, weil ich so denke, Rassismus ist leider nicht so einfach zu lösen. Dafür ist die Serie halt auch kritisiert worden, weil man meint, ja, das ist alles nett, aber so funktioniert es halt auch nicht. Wenn ich Colorblind höre, dann würde ich halt auch so verstehen, dass es einfach gar keine Rolle spielt. Ja, genau. Und dann muss man es halt doch wieder irgendwie einbauen. Ja. Das ist irgendwie doof. Und genau, ich hätte es besser gefunden, wenn sie diesen Satz einfach weggelassen hätten. Ich glaube, ich muss jetzt mal kurz erklären, dass ich vergessen habe, die Balkontür zu schließen und irgendwelche Nachbarn jetzt sich an den ersten Frühlingstagen erfreuen. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir das zumachen. So, und da kommen wir dann nämlich auch zu diesem Problem, was ich bei dieser Serie sehe. Man möchte auf der einen Seite eben diesen Eskapismus schaffen mit Bonbonfarben, Fokus auf der Liebesgeschichte. Aber gleichzeitig möchten sie eben eine politische Message senden. Und das geht irgendwie nicht so richtig zusammen, leider. Also, mich stört es auch nicht, wenn sie dann irgendwie eben Themen wie Rassismus in dieser Zeit ansprechen, wenn sie auch Themen wie ja die Rolle der Frau in der Zeit ansprechen. Das ist überhaupt nicht, was mich stört. Es stört mich nur, wie sie es machen, weil das machen sie eben mit diesem Holzhammer-Hau-drauf-Methode. Und da habe ich mir jetzt so ein Beispiel ist diese Eloise, die eben immer rumrennt und ihr Leid klagt, wie unterdrückt sie doch ist und wie sie sich selbst nicht ausleben darf. Und die Punkte, die sie bringt, gerade auch in der zweiten Staffel, in der ersten ging es noch, in der zweiten, nimmt das Züge an, wo man so wirklich denkt, Herrgott-Mädchen, bitte. Also zum Beispiel Themen, die sie anspricht, sind eben, sie darf nicht an die Universität. Sie stammt aus dem Hochadel. Sie ist eben Mitglied einer der Viscount-Familie. Niemand in dieser Familie darf an die Universität. Auch ihre Brüder dürfen nicht in die Universität. Wenn sie wollten, dann dürften sie. Ja, aber es ist zu der Zeit auch noch nicht so üblich, dass die da an die Universität gehen. Also das kommt, also die haben Privatlehrer. Das ist so der Punkt, wenn sie irgendwie was lernen möchten, dann engagiert man einen Menschen, den Professor von Osbo auch immer her und der kommt dann zu einem nach Hause und bringt einem das bei. Und das ist dann halt auch, und das passiert in der Serie. Das ist eben so der Punkt, wo ich meine, es geht irgendwie nicht zusammen, weil diese Eloise kriegt einen privaten Tanzlehrer. Sie kriegt einen privaten Lehrer, der ihr Malerei beibringt, irgendwie der ihr gesellschaftliche Form beibringt. Aber sie möchte lieber Altgriechisch lernen. Aber sie möchte, ja, aber dann kann sie doch auch sagen, ich möchte gerne Altgriechisch lernen. Mutter, hol mir den Lehrer ran. Also es passt nicht zusammen. Und auch so gewisse Dinge anders, das sind Punkte, die angesprochen werden, die 50 Jahre später ein Thema sind. Also die im Zuge der Frauenbewegung in den 1840ern sogar schon, aber so wirklich in den 1850ern, 1860ern groß werden, innerhalb des Bürgertums. Aber wir sind ja im Adel. Und im Adel herrschen andere Regeln als im Bürgertum. Und Frauen im Adel hatten schon deutlich mehr Möglichkeiten, sich selbst auszuleben, als die Damen im Bürgertum. Und deswegen macht es mich so wahnsinnig, wenn wir hier diese Figur haben, die ganz klar in einem bürgerlichen Denken steckt, aber mir erzählt wird, die ist hochadlich. Das passt halt nicht zusammen. Und dann geht sie dann auch in der zweiten Staffel, geht sie dann auf eine politische Kundgebung, wo dann auf der Bühne eine übergewichtige Frau im Rollstuhl sitzt, die für die Rechte der Frauen sich einsetzt. Und weißt du, was die Konsequenz dieses Besuches ist, was auf dieser Rallye für sie passiert, für die Eloise? Nein. Sie lernt einen Typen kennen, in den sie sich verliebt. Und denkt sich so, das ist eure Botschaft. Und es ist wahnsinnig auch anstrengend, weil diese Figur auch darauf reduziert wird. Und auch alle anderen weiblichen Figuren konstant erzählen müssen, wie sie unterdrückt sind. und das sagen sie männlichen Figuren. Also sie gehen dann zusammen irgendwie die Promenade herunter und sagen dann, ja, aber du als Mann kannst es ja überhaupt nicht einschätzen, wie ich als Frau mich zurücknehmen muss und wie niemand mir zuhört und niemand mein Leid versteht. Und das sagt sie, während sie beim Mann untergehakt ist und der Mann ihr zuhört und verstehend nickt. Und das ist so, okay, also alle prangern das Patriarchat an, das es gegeben hat in der Zeit, aber niemand tut was dagegen. Und da müssen wir eben noch dazu sagen, wie gesagt, wir haben von der gesprochen, es gibt die Regency-Zeit. Wir haben einen Prinzregenten, den späteren George IV. In dieser Serie haben wir keinen Prinzregenten, sondern wir haben Queen Charlotte. Queen Charlotte herrscht für ihren Mann. Das wird auch in der ersten Staffel deutlich gemacht. Es gibt Szenen, wo irgendwie George III. auch ein Nervenzusammenbruch hat und es wird eben klar, sie herrscht hier für ihren Mann. Das bedeutet, wir befinden uns in einem Universum, in dem patriarchale Nachfolge ausgeklammert wird, weil statt George IV., der ja auch existiert in dieser Serie, wird die Herrschaft der Frau anerkannt. Aber gleichzeitig bleiben alle anderen patriarchalen Ideen bestehen. Also auch da, es geht halt alles irgendwie nicht so zusammen. Es ist halt alles so, wir machen es anders, aber denken es nicht konsequent durch und brechen damit nicht nur eben, also historische Authentizität, sondern wir brechen es auch innerhalb der Serie. Also das ist so, was ich so anprangere. Sie ergeben auch innerhalb der Serie keinen Sinn, wenn man so länger drüber nachdenkt. Das sind jetzt alles, also Colorblind ist klar, aber das andere, was du ja alles genannt hast, ist jetzt wirklich serienspezifisch oder was davon kommt auch in dem Liebesroman vor, den du vorbereitend studiert hast? Das ist alles serienspezifisch. Okay. Ja. Also das, wenn ich mich jetzt nicht, aber eigentlich, nee, also da kommt der Prinzregent vor im Buch. Also das ist alles für die Serie aktiv, hat man sich dazu entschieden, eben, dass die Herrschaft von einer Frau ausgeführt wird und vor allem auch von einer schwarzen Frau. Und noch einmal, nicht, dass man mich missversteht. Das kritisiere ich nicht. Ich kritisiere es, dass es eben innerhalb des Universums keinen Sinn ergibt, wenn man dann eben gleichzeitig diese, wir Frauen sind alle so unterdrückt, Holzhammer schwingt. Und auch hier, ja, es gab keine Gleichberechtigung. Und ja, wir haben es an Jane Austen selbst gesehen, wenn man als Frau keinen Ehemann gefunden hat, dann hatte man ein echtes Problem, wenn man sich nicht mit dem älteren Bruder gut verstanden hat, weil man eben konstant Zeit seines Lebens auf den Wohlwollen von anderen Menschen abhängig war, dass die einen durchfüttern. Und das kann man ja durchaus... Aber das war ja durchaus auch historisch dann noch der Fall, selbst wenn in England, was ja möglich war, eine Königin herrscht. Ja, aber es ist halt irgendwie... Insofern finde ich das jetzt nicht so als drastisches Missverhältnis. Ja, nee, das stimmt schon. Aber weißt du, auf der einen Seite wird, es ist halt diese Welt, ich kann es nicht so klar machen, aber sie akzeptieren es. Also es ist ja nicht, dass die Königin herrscht, wie bei Elisabeth II., wo es kein männlichen Nachkommen gab und deshalb ist man auf die Frau zurückgegriffen, sondern die Frau herrscht hier, weil ihr Herrschaftsanspruch als Ehefrau vor dem Herrschaftsanspruch des Kindes gilt. Weil die Kinder gibt es ja in dieser Geschichte. Es ist ja jetzt nicht so, dass in dieser Serie eben die Kinder nicht, dass es kein männlichen Nachkommen gibt und deswegen ist sie an die Macht gekommen, sondern es wird eben so inszeniert, sie als Ehefrau hat einfach ein stärkeres Erbrecht oder einen Anspruch auf ihren Mann, weil sie ja auch mit ihm verheiratet ist und sich um ihn kümmern. Sie sagen, es ist Katharina in Russen. Ja, genau. Aber, und das bedeutet also, man ist so weit in der Gesellschaft, dass man diesen Anspruch der Ehefrau über den Anspruch des Sohnes, des Thronfolgers stellt. Aber gleichzeitig beklagen sie sich alle, wie sie ihre Rechte zurück... Und das ist halt auch noch ein viel größerer Punkt. Sie alle sind sich quasi bewusst, dass sie unterdrückt sind, aber niemand tut aktiv was dagegen. Außer zu nerven. Und das ist halt so ein bisschen so, wenn sie doch alle wissen, dass sie unterdrückt sind, warum akzeptieren sie es denn alle? Du hast doch gerade gesagt, sie war auf einer Demo. Ja, aber auch nur sie. Also auch nur die Tochter. Und wie gesagt, es läuft darauf hinaus, dass sie da einen Love Interest trifft. Und man denkt sich so auch, das ist jetzt eure Botschaft? Das politische Engagement dazu führt, dass sie einen Lover findet? Naja, also es ist halt alles, wo man so denkt, was ich so kritisiere, ist eben nicht, dass man diese Punkte anspricht, sondern die Art, wie sie es machen, dass sie es mir zu plump machen. Weil es gibt nämlich noch eine andere Szene, die hat mich auch wahnsinnig aufgeregt. Wir haben, wie gesagt, acht Kinder und alle müssen auch irgendwie in der Serie irgendwie Platz finden, weil also in den Büchern ist das nicht so, da wird sich einfach auf, haben wir den, also haben wir die Ende, ja, eine eher sie-Erzählform, aber es wird eben aus der Perspektive des weiblichen Love Interests erzählt und es wird aus der Perspektive des männlichen Love Interests erzählt. Und es wird eben erzählt, wie sie dann zusammenfinden. Und da kann man dann eben Charaktere, die man nicht braucht, kann man einfach rausblenden. So wie Netflix die Serie aufgebaut hat, müssen eben die anderen Charaktere auch was zu tun haben und die Eloise ist dann eben die, die dann irgendwie versucht herauszufinden, wer jetzt diese Gossip Girl Texte schreibt und der ältere Bruder braucht irgendwie auch noch eine Handlung in dieser Geschichte und sein Thema ist, er möchte unbedingt an die Royal Academy of Arts. Und ich dachte zunächst, aha, ganz cool, er, das ist jetzt so der Konflikt zwischen dem ältesten Sohn, der eben sehr darauf bedacht ist, dass man die Würde wahrt, dass man das Ansehen wahrt, dass man die Etikette wahrt, dass man das Ansehen der Familie bewahrt und alle anderen Kinder rasten vollkommen aus und machen auf Selbstverwirklichung. Und das ist jetzt der Konflikt, also der ältere Sohn möchte eben nicht, dass sein Bruder an diese Akademie geht, weil auch das ist für einen Adeligen eher minderwertig und der Bruder möchte aber unbedingt und es kommt zum Bruch und dann überwinden sie diesen Bruch und sind zum Schluss einander näher gekommen. So ein typischer Plot, wie wir das eben auch finden. Nein, dieser Bruder darf sofort an die Royal Academy, er wird sofort aufgenommen und das große Drama ist, dass sein Bruder ihn zu sehr unterstützt, indem er der Royal Academy auch noch irgendwie 50.000 Pfund spendet und der jüngere Bruder dann denkt, ah, also Benedikt heißt er, ich muss langsam Namen nennen, weil die Geschichte so ausführlich geht, also der ältere Bruder Anthony spendet dann für seinen jüngeren Bruder Benedikt irgendwie Tausende von Pfund und dann denkt der Benedikt, ah, ich wurde nur an die Akademie genommen, weil du so viel Geld gespendet hast und nicht aus meinem eigenen verdienst und dann sagt der Anthony zum Benedikt, nein, du warst immer schon ganz toll. Das ist ihr Konflikt. Und man denkt sich auch so, hier hätte man tatsächlich das reinbringen können, dass es eben für Adlige nicht standesgemäß war, an eine Universität zu gehen oder auch an eine Künstlerakademie und dass dieser Bruder eben daran scheitert, dass er das nicht darf, weil er als Adliger in seiner Rolle so fest ist, dass er eben sein Ich nicht ausleben darf. Da hätte man hier tatsächlich auch patriarchale Geschichten erzählen können, wie er gehindert ist. Man hätte erzählen können, wie er das dann trotzdem durchsetzt. Auch hier im Adel, man macht das nicht, weil auch die Kunstakademie ist eigentlich etwas, ja, auch Malerei in der Zeit war immer noch etwas als Handwerk angesehen. Und das machen Bürger. Adlige arbeiten nicht. Also du, das ist auch überhaupt deren, ja, Selbstdarstellung in der Zeit. Man ist adelig und deswegen geht man keinem Gewerbe nach. Und wenn man als Adliger aber malen möchte, dann holt man sich seinen Kunstlehrer. Der kommt zu einem nach Hause, der bringt einem das bei und wenn man so gut ist, dass man ausstellen kann, wird dann halt unter einem Pseudonym im Salon die Bilder ausgestellt. Alle wissen natürlich dann wieder, das ist eigentlich der und der, aber der Schein ist gewahrt. Nein, er geht sofort, darf da an die Royal Academy, trinkt dann da auch eigentlich nur und raucht. Und jetzt kommt's. Während er dann ausgebildet wird, malt er eben eine nackte Frau, die sitzt dort als Aktmodell und er malt sie und findet es auch ganz toll, findet sie auch, glaube ich, ganz, ganz hot. Und dann in der nächsten Szene trifft er dann dieses Aktmodell, die malt. Sie steht an der Staffelei und malt. Und er ist völlig verdattert, so was? Eine Frau, die malt. Oh mein Gott. Und sie guckt ihn dann auch nur so an und sagt, ja, also ich darf ja nicht malen, ich darf ja nur nackt sein und gemalt werden. Aber ich als Frau bin ja so unterdrückt, dass ich das selber nicht machen darf. Und ich saß da und meinte, okay, ich verstehe, worum es euch geht, aber in der Zeit war das kein Ding. Und das Akt habe ich rausgesucht, weil es mich so belastet hat. Es gibt in Frankreich zu der Zeit zwei Frauen, die wahnsinnig berühmt sind, die wahnsinnig viel Erfolg haben. Und das sind zum einen Elisabeth Vigée Lebrun und zum anderen Adelaide Labie-Guillard. Und diese zwei Frauen waren Mitglieder der Königlichen Akademie in Frankreich und haben öffentlich gearbeitet als Malerin. Elisabeth Vigée Lebrun war Hofmalerin von Ludwig XVI. und Marie Antoinette. Die berühmtesten und auch künstlerisch wertvollsten Porträts von Marie Antoinette sind von Elisabeth Vigée Lebrun gemalt worden. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, aber es war, sie waren Mitglieder der Akademie, aber sie waren auch die einzigen Mitglieder der Akademie und das stimmt. In der Königlichen Akademie in Frankreich durften so knapp 40 Menschen angehören. Die Nummer der Frauen war auf vier reduziert. Also maximal dürfen vier Frauen mitmachen. Also auch hier wieder, natürlich gibt es diese Diskriminierung, aber sie ist eben nuancierter. Es hat sich geändert im Zuge der Französischen Revolution. Was meinst du, wie viele Frauen durften nach der Französischen Revolution in die Akademie? Keine. Keine. Oh. Ja, der Nationalkonferenz, Wendt hat sich nicht nur dazu entschieden, die Akademie umzubenennen, weil den König haben wir jetzt nicht mehr, sondern man hat sich dazu entschieden, dass Frauen braucht es gar nicht. Also so viel dazu, dass durch die Französische Revolution alles besser wurde für uns alle Menschen. Und jetzt kann man dann natürlich sagen, gut, jetzt erzählst du aber von Frankreich, wir sind ja in England und deswegen habe ich mir auch nochmal die Royal Academy of Arts angeguckt. Während die Königliche Akademie in Frankreich schon unter Ludwig XIV. gegründet wurde, wurde die Royal Academy of Arts unter George III. gegründet. Und zwar 1768. Und was meinst du, wie viele Frauen waren da mal jetzt dabei? Ich bin jetzt unterstellt, es ist besser als in Frankreich. Nee, es ist genau so. Also es gibt zwei Gründungsmitglieder, die Frauen waren. Zum einen Angelika Kaufmann und zum anderen Mary Moser. Ich habe nachgeguckt, tatsächlich sind das auch auf weiter Flur die einzigen Frauen, die in der Royal Academy of Arts aufgenommen wurden beziehungsweise Gründungsmitglieder waren. Aber es, auch hier wieder, es gab sie. Und hier, auch da, hätte man meiner Meinung nach das ein bisschen nuancierter machen können, dass man eben diese Malerin nicht nur als Aktmodell präsentiert, sondern eben zeigt, ja, sie hat sich durchgekämpft. Sie hat sich diesen Platz erkämpft, mitmachen zu können. Und alle Männer lachen sie aus, weil sie ja nur eine Frau ist. Also man kann dieses, dieses Narrativ genauso machen, wenn man halt sich an, an die Zeit hält. Aber du hast doch am Anfang betont, es geht dir nicht darum, dass es sich da was korrekt ist. Ja, das stimmt schon, aber es ist ja, aber es ist so platt einfach, dass ich mir wünsche, würde, sie hätten einfach mal in die historischen Quellen geguckt, weil sie davon protestieren, profitieren würden. Also ihre Geschichten wären einfach meiner Meinung nach besser, weil sie viel näher an der Realität sind, also viel näher an der Zeit, die sie ja doch irgendwie darstellen wollen. Wenn sie da sich das angeguckt hätten und das mit eingearbeitet hätten, als immer dieses platte wir als Frauen sind unterdrückt. Also wie gesagt, ich hatte schon, ich habe noch, das hätte ich noch dazu sagen müssen, ich hatte mich auf einen Binge-Abend eingestellt, dass ich bis nachts um drei alle Folgen gucke und dann ins Bett gehe. Ich habe nachts sechs Folgen ausgemacht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, weil es so plump war, dass ich so dachte, ich kann nicht mehr. Und deswegen hätte man da einfach so ein bisschen mehr tatsächlich doch ins Historische reingegreifen. also das finde ich halt so schade und das ist auch so ein Punkt, was ich immer so auch an historischen Filmen unterstelle, die Geschichte ist ja da. Man muss ja nur reingucken. Also die Töpfe sind gefüllt, man muss nur zugreifen und man kann so geile Sachen erzählen. Warum sich denn hier legitimieren oder limitieren auf diese abgekauten Archetypen, Stereotypen, die auch historisch nicht korrekt sind? Also man würde so viel mehr gewinnen, könnte so viel mehr Geschichten erzählen, wenn man es doch einfach nur nehmen würde. Und das ist halt dann auch so, wo es halt auch dieses Worldbuilding nicht zusammengeht. Wie gesagt, auf der einen Seite möchte man Kaugummi, Zuckerwatte, Liebesgeschichte, Eskapismus und auf der anderen Seite möchte man aber diese politischen Botschaften senden wie Rassismus ist schlecht und Frauenfeindlichkeit ist schlecht. Werte, die ich unterstütze. Noch einmal. Aber die ich halt irgendwie schlauer erzählt gesehen haben möchte. Und man hat auch so ein bisschen den Eindruck, gerade wenn man so sich anhört, was die Illiways so erzählt, dass man es auch ein bisschen der Zeit zum Vorwurf macht, dass diese Leute, dass es denen nur wichtig war, eine gute Partie zu machen und irgendwie gesellschaftlichen Gossip zu lesen. Ja, weil ihr das daraus gemacht, also weil ihr diese Gesellschaft, die ihr porträtiert, darauf reduziert habt und das wieder, warum? Weil das Jane Austen macht. Und jetzt ist natürlich die Frage, und das wirst du natürlich auch wissen, warum macht Jane Austen das? Warum reduziert, in Anführungszeichen. Sie schreibt für ihr Publikum. Sie schreibt für ihr Publikum und warum möchte ihr Publikum zu der Zeit vielleicht einfach nur Geschichten lesen, wo es um Liebe geht zwischen zwei Leuten aus dem Bürgertum oder aus dem gehobenen Bürgertum, das dem Adel nahe steht. Das war doch kein Bock, hat immer die schlechten Nachrichten in der Zeitung zu lesen. Und was sind die schlechten Nachrichten in der Zeit? Ich weiß nicht, Napoleon schon weg? Nee, ich weiß nicht. Ja, gerade so. Ich weiß nicht, was sind da für in England schlechte Zeiten? Nee, genau, das ist es ja. Also wir haben Napoleon, der ganz Europa mit Krieg überzieht. Aber England nicht. Ja, aber man ist ja trotzdem seit 1793 mit Frankreich im Krieg. Und auch für England bedeutet das, wir senden unsere Truppen raus. Wir haben Seeblockaden, wir haben Handelskriege. Also auch in England war Napoleon das Thema überhaupt. Und das lässt man weg. Also die Serie fängt 1813 an. Es wird Napoleon mit keinem Wort erwähnt, dass er vielleicht gerade eine Schlacht verloren hat. Die Serie geht mit der zweiten Staffel 1814 weiter. Es wird mit keinem Wort erwähnt, dass Napoleon jetzt endlich auf Elba ist und man Ruhe vor ihm hat. Dann auch hier wieder, ja, wir leben in einem Universum, wo es Napoleon nicht gibt. Sie bringen ihn selber rein. Es wird dann ein Witz gemacht. So, ah, ja, der Anthony, also es geht eben um Anthony in der zweiten Staffel, dass er seine, seine Herzallerliebste kennenlernt, ist dann auf Frauensuche, um die perfekte Frau für sich zu finden. Und seine Mutter fragt ihn dann nach so einem Treffen, na, wie war sie? Hat sie dir gefallen? Und er sagt dann so, na, die war ein bisschen doof, die dachte, Napoleon hat für die Spanier gekämpft. Oh, okay. 1814. Also, Napoleon ist nicht nur eine Randfigur der Geschichte, sondern der ist zu dem Zeitpunkt immer noch aktuell. Aber er wird halt so abgetan mit, ja, der war ja mal. Also, das heißt eben, man reduziert Mutwillig, also beziehungsweise Jane Austens Publikum hatte eben keine Lust mehr, was von Napoleon zu hören. Und auch in Jane Austens Romanen kommt das vor. Also, es wird über Schlachten erzählt, also berichtet, dass der und der hat da und da gekämpft. Wir haben Soldaten, die ständig kommen. Also, vor Stolz und Vorurteil, der Bösewicht, Mr. Wickham, ist Soldat, der in den napoleonischen Kriegen gekämpft hat. Also, das spielt auch bei Jane Austen eine Rolle im Hintergrund, aber man konzentriert sich nicht drauf. Wir haben vorher die amerikanische Revolution gehabt, die für England auch schon einschneidend war, auch in der Selbstwahrnehmung. Wir haben die französische Revolution. Das ist eben auch ganz interessant, auch für Jane Austen beispielsweise, war die französische Revolution präsent, weil, also, das war nicht irgendwas, was da in Frankreich passiert und das uns betrifft, das nicht, sondern, zum Beispiel, Jane Austen hatte eine Schwägerin, die die französische Revolution miterlebt hat, die Elisa de Fulide, heißt sie, hieß sie. Und die, sie war Engländerin, ist dann nach Frankreich gegangen, hat dort ihren Ehemann gefunden und ist dann 1790 aus Frankreich geflohen. Ihr Ehemann ist als Monarchist verhaftet worden und 1794 guillotiniert worden. Und es gibt da eben Hinweise drauf, dass eben diese Elisa auch zu Hause dann in England die größten, schlimmsten Geschichten über die französische Revolution erzählt hat und auch eine Jane Austen davon belastet war, wie schlimm diese Revolution ist. Und, also, das sind so Dinge, die man sich dann auch vielleicht manchmal so aus dem Blick verliert, wenn wir uns dann mit französischer Revolution beschäftigen, so, wir gucken uns an, was in Frankreich ist und der Terror, der da ausbricht, aber dass es ja auch Exzellianten gab, die dann in die anderen Länder gegangen sind und dort erzählt haben und dort auch das Bild von der Revolution mitgeschaffen haben durch ihre Erzählung, das kriegt man, hier sieht man hier eben, also, dass auch in England man Vorstellungen davon hatte und auch schlimme Vorstellungen. Es war nicht alles, ja, und das Bürgertum befreit sich jetzt, sondern es war eben auch, Menschen werden umgebracht. Das sind also alles so Themen, die in der Zeit rumgehen und dass man dann eben so jetzt in den 18. in den 10ern, wenn jetzt Napoleon doch endlich weg ist, sich wieder so auf so ein Heimatgefühl, auf das Schöne konzentrieren möchte. Ich vergleiche das so ein bisschen mit den Heimatfilmen, die so in den 50ern aufkommen, als die Deutschen jetzt den Zweiten Weltkrieg vergessen möchten. Da wird dann auch alles schön und die Alpen und alles ist gut und nett und heimelig. Also, dass eben auch Jane Austen greift hier eben oder reduziert sich mutwillig, weil ihr Publikum keine Lust hat auf die schweren Themen. Und das wird ihnen jetzt irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, vielleicht ist das ja auch nur meine Deutung und andere sehen das gar nicht. Habe ich so das Gefühl, diese Serie macht es denen dann so zum Vorwurf, so, ja, aber ihr konzentriert euch nicht. weil die Napoleon und den ganzen Kram haben und wenn man das einfach ausblendet, kann man es nicht leicht machen, über andere Gesellschaften und andere Zeiten zu urteilen. Was ich auch noch ganz lustig finde und dann können wir auch zum Schluss kommen, Jane Austen selbst hat auch schon sich gegen ein gewisses Genre gewandt, weil vor ihr war das Genre des Gothic Novel groß. Das war das Thema. Der Gothic Novel ist ja das mit, was gerade auch in England so das Bild vom Mittelalter sehr geprägt hat. Also alles, also das dunkle, finstere Mittelalter ist im Gothic Novel geschaffen worden. Also wir haben dann die Geschichten von den verfallenen Ruinen, wo böse Mönche leben, die heimtückisch irgendwelche Menschen töten, vor allem junge Frauen. Wir haben das Bild des finsteren alten Inquisitors der jungen Frauen. das ist ja auch noch ein bisschen, weil der Kirchenkampf in England ja auch noch ein bisschen krasser ist bei uns. Genau, also das wollte ich jetzt auch noch dazu sagen. Also das ist eben ganz klar in diesem antiklerikalen Denken der Engländer, auch gerade vor allem gegen den Katholizismus und das nimmt gerade so Ende des 18. Jahrhunderts richtig Fahrt bei denen auf. Also das lieben die und das sind auch diese Schauer-Romane. Das finden die ganz, ganz toll. Und Jane Austen stellt sich dagegen. Also die hat die Schnauze voll davon und möchte jetzt eher Realismus haben. Und das sehen wir auch zum Beispiel in ihrem Roman Northanger Abbey. Das ist so auch ein sehr unterschätzter Roman. Da geht es auch um eine junge Protagonistin und sie liebt diese Gothic-Novels. Sie liest nur diese Gothic-Novels. Tauscht sich dann da auch mit ihrer Freundin immer drüber aus und ah, wie hast du das wieder gelesen und das und ah. Und dann lernt sie eben einen jungen Mann kennen, der in der Northanger Abbey lebt. Also es war ursprünglich mal eine Abtei, ist dann eben säkularisiert worden, wahrscheinlich unter Heinrich dem VIII. Und in den Besitz dieser Adelsfamilie gekommen. Wenn sie überhaupt adelig sind oder auch Gentry-Familie, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, habe ich vergessen. Und er lädt sie dann ein, besuch mich doch in Northanger Abbey. Und sie kommt natürlich gerne, weil sie hat ja diese Schauer-Romane gelesen und sie möchte das jetzt am eigenen Leib erleben. Sie ist halt auch sehr jung und dichtet dann dieser Familie, die in dieser Northanger Abbey lebt, irgendetwas auch, dass sie irgendeine Schwester versteckt haben, weil sie irgendwie wahnsinnig ist und deswegen, und sie spukt jetzt nachts herum. Und diese Familie findet das gar nicht so lustig, dass sie sich jetzt solche Geschichten ausdenkt und deswegen kommt es dann auch zum Bruch zwischen den beiden. Also man sieht ja auch so Jane Austen, die sich ganz klar positioniert, eher in die Richtung des Realismus und es ist eben in ihrem typischen Charme sehr schön, wie sie sich darüber lustig macht, was diese Schauer-Romane eigentlich alles so erzählen. Und dass man sich da eben auch sie sich sehr stark auf diesen Realismus fokussiert in ihrem Schreiben, weil der Markt gerade sehr von diesen Schauer-Romanen, diesen fantastischen Geschichten gesättigt war und man jetzt doch wieder, der Markt wieder in die andere Richtung möchte, man möchte jetzt eher was Realistisches haben, erklärt dann auch, warum sie dann eben auch hier im Realismus schreibt, weil, wie gesagt, das Publikum ist jetzt satt von diesen Schauer-Geschichten. Also auch hier sehen wir so einfach eine Entwicklung des Marktes, der Literatur, in der man sich dann positioniert und das sind so alles Dinge, das könnte man mit reinbringen, wenn man wollte, wenn man es halt irgendwie größer machen wollte, aber so ist es halt irgendwie wie schade. also das, ich fand, wie gesagt, ich fand es ein bisschen, es hat mich ein bisschen enttäuscht, weil es waren meine Erwartungen zu groß, aber ich finde, die Serie hätte, könnte mehr, wenn man mehr versuchen würde. Also ich würde versuchen zu sagen, du, du sagst, du brauchst bei dieser Form von Unterhaltung keine historische Korrektheit, aber wenn man historische Themen anspricht, dann sollte man auch versuchen, sie der Zeit entsprechend einzubauen. du hast es perfekt zusammengefasst, was ich hier gerade, ich weiß nicht, in wie viel Zeit das versucht habe, darzustellen. Also genau, es geht mir darum, man muss eben nicht, aber wenn man eben eine politische Botschaft haben möchte in einem historischen Setting, dann orientiere dich doch an dem, was wirklich war. Und wenn ihr eine Geschichte erzählen wollt über die Frauenbewegung oder die bürgerliche Frau in den 1860ern und eine Heldin, die im Zuge dieser Frauenbewegung sich engagiert, dann erzählt das. Aber propft das nicht einem Charakter auf, der 50 Jahre vorher gelebt hat, in einer anderen Gesellschaftsschicht. Weil so wird es nur anstrengend und irgendwie auch, wie gesagt, also ich konnte diesen Charakter dann, diese Eloise, ich konnte sie nicht mehr sehen und es tut mir so leid, weil diese Schauspielerinnen, ich glaube, mit dem, was sie macht, einen guten Job macht und die wirkt auch sehr sympathisch. Aber jedes Mal, wenn sie in die Kamera kam, habe ich einen Anfall gekriegt und überlegt, spule ich jetzt vor. Und du bist vielleicht auch ein bisschen vorbelasteter als an uns. Wie gesagt, es war jetzt hier auch keine richtige Filmkritik, es war mehr eine Therapiesitzung, für die ich die nicht besbraucht habe. vielleicht haben ja ein paar Zuhörer was mitgenommen, aber ja, das ist auch nicht nur Bridgerton, das ist eben was, was man eben in den letzten Jahren viel in diesen historischen Dramen sieht, wo man irgendwann denkt, nee, so auch nicht, so geht's, so will ich's auch nicht haben. Genau, es musste raus und dafür habe ich jetzt diesen Podcast genutzt, das einmal rauszubringen. Wir wüssten natürlich gerne, ob ihr bei dieser Therapiesitzung auch bis zum Ende dabei wart und ob ihr das genauso seht, wie Sawyerberg das gerade dargestellt hat oder ob ihr einen anderen Lieblingsroman von Jane Austen noch erwähnen wollt oder über welche historische Serie wir uns vielleicht doch noch mehr auseinandersetzen müssten, denn ich darf euch verraten, ich glaube, wir haben es mal erwähnt, dass wir in diesem Podcast hier eigentlich schon mal über eine historische Serie gesprochen haben, nämlich über Sissi und dann ist Sissi der Aktualität des Ukraine-Kriegs zum Opfer gefallen und mir wurde von Solvex verboten, Sissi nachträglich noch zu veröffentlichen, weil das würde jetzt keinen mehr interessieren. Es ist schon so lange her ist, dass diese Serie lief. Wollt ihr die Podcast-Folge hören, schreibt es uns direkt in die Kommentare auf der Website oder am Kontakt at E-Mail, äh E-Mail, Quatsch, also per E-Mail an Kontakt at www, nein auch nicht www, was ist jetzt los mit mir? Ich weiß es nicht. Also ihr wisst, wie E-Mail funktioniert, oder? Ihr schreibt vorne Kontakt, dann macht ihr ein Ad-Zeichen und dann schreibt ihr bitte flurfunk-geschichte.de oder ihr könnt uns auch bei Facebook oder Twitter sagen, ob ihr Sissi noch haben wollt oder nicht. Die wäre jedenfalls bereit. Und die Serie ist schick, auch wenn die natürlich schon einen historischen Anspruch mehr hatte, als die, die du gerade beschrieben hast, als Bridgerton. Und trotzdem, da riecht es einen dann noch mehr auf, wenn sie daneben hauen. Sie krankt an den gleichen Problemen, sagen wir es so. Ah stimmt, es hat auch was mit Frauen. Ja. Ja, genau, es ist ja Sissi und ihre beste Freundin. Ich erinnere mich langsam wieder. Auf jeden Fall ist es schön, dass ihr bei Flurfunk-Geschichte dabei seid und dabei wart auf dieses Mal. Und wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch alles Gute. Und das Zollwax sieht gerade so nicht erschöpft aus. Es ist so befreit. Ja, es fällt von dir ab. Man hat sich das so von der Seele geredet. Redekur hat für Sigmund Freud es genannt. Ja, ja. Ja. Auch so ein Feminist. Also dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.